Und damit seid gegrüßt, mein Name Zwerge, Gnomo, Hobbits und Englardom zu einem neuen Adventskanal-Türchen auf meinem Kanal. Heute habe ich einen Gast, den darf ich gleich interviewen und ihm ein paar Fragen stellen. Ja! Ich darf heute Jan Steinhauser, den Vorsitzenden der Partei Die Humanisten, bei mir für ein Weihnachtsinterview auf meinem Kanal begrüßen. Schönen guten Tag, Herr Steinhauser. Dann kommen wir direkt zur ersten Frage. Erste Frage, Ihre Partei Die Humanisten schreibt sich den Humanismus auf die Fahnen. Wie wollen Sie mit Ihrer Partei die Ziele des Humanismus, der Politik umsetzen? Ist Humanismus in der deutschen Politik umsetzbar? Okay, also der Humanismus an sich ist ja eine Bewegung oder eine Weltanschauung, die eben den Menschen in den Mittelpunkt drückt. Das klingt erstmal offensichtlich, das sollten wir ja erwarten, dass das die meisten Menschen tun. Ist aber ja gar nicht so selbstverständlich, gerade im Kontrast zu vielen Religionen. Deswegen ist für uns diese große Betonung darauf, dass wir eben sagen, als evolutionäre Humanisten, der Mensch ist Teil der Natur, Teil seines Umfelds, ist daraus gewachsen. Und alles, was wir an Interpretationen der Welt sehen, geht vom Menschen aus. Also Ethik, Werte sind Menschen gemacht, Menschen gegeben. Was das jetzt für Politik bedeutet, ist bei uns vor allem kritisch-rationaler Diskurs. Also wir möchten kein fixes Dogma haben, das wir voraussetzen, wenn wir zu jeglichem Thema eine Position erarbeiten. Also die Basis für uns sind natürlich die Menschenrechte. Der Humanismus ohne gerade die UN-Wenn-Rechtskonvention funktioniert nicht so richtig. Also wir möchten die natürlich konsequent umsetzen, wie wir das eigentlich auch von allen anderen Demokraten erwarten. Und dazu gehört dann eben ein wissenschaftliches Weltbild, ein aufgeklärtes Weltbild und damit dann auch ein starker Fokus auf Bildung, persönliche Freiheit und den Anspruch, beziehungsweise das Menschenbild, das jeder Mensch grundsätzlich in die Fähigkeit hat, frei nach Kant mündig zu sein und damit auch was Gutes zu schaffen. Das bedeutet dann zum Beispiel eine sehr starke Bildungsförderung. Es bedeutet starkes Streben zu einer aufgeklärten Gesellschaft, also mehr Informationen schaden in der Regel nicht. Es bedeutet, dass wir Säkularisierung, also die Trennung von Staat und Religion, noch stärker vorantreiben wollen. Und wissenschaftliche Förderung, also der Glaube, dass wir mit Wissenschaft grundsätzlich positive Dinge schaffen können, ein besseres Verständnis der Welt uns auch neue Optionen auftut, mit denen wir grundsätzlich die Menschheit voranbringen können. Und nebenbei neben der Menschheit auch alle anderen Lebewesen, also dass man Leid verringern kann im Allgemeinen. Das sind so Fundamente für unsere Position. Also eben Bildung, Wissenschaft, Säkularisierung und grundsätzlich das Bild, dass der Mensch frei und vernünftig sein kann und er dazu vielleicht nur ab und zu mal einen richtigen Stupst baucht und ein bisschen unterstützt, um das Richtige zu machen. Frage 2, komme ich gleich zur zweiten Frage. Die rational-liberale Partei der Moderne, so bezeichnet sich ihre Partei und so steht es auch auf der offiziellen Partei-Website. Wie passt dies zueinander und wie passt die Liberalität zu dem Humanismus? Und ja, damit verbunden dann auch, wie liberal sind sie und ihre Partei? Da muss man vielleicht woanders anfangen, weil liberal in Deutschland gerne so ein bisschen als Schimpfwort mit FDP-Kontext benutzt wird. Was nicht heißt, dass die FDP nur schlecht ist, aber sie wird von vielen als so reine Wirtschafterpartei wahrgenommen, die nur für Möwenpick arbeitet und nur für Hardcore-Kapitalismus. Auch die FDP als liberale Partei, wie wir zum Beispiel auch, setzt sie ja auch für gesellschaftliche Freiheiten ein. Also, um jetzt auf die eigentliche Frage einzugehen. Liberalismus und Humanismus sind jetzt kein Widerspruch. Humanismus heißt, wie gesagt, den Menschen auch als mündig oder fähig, mündig zu sein und vor allem auch als fähig, seine Freiheiten zu nutzen und auch für etwas Gutes einzusetzen, zu verstehen. Und dass man dann grundsätzlich sagt, wir wollen, dass jeder Mensch so frei ist wie nur möglich und eben gleichzeitig dazu befähigt, diese Freiheit auch so zu nutzen, dass es der Gesellschaft als Ganzes zugute kommt. Also, dass sich der Mensch selber dafür entscheidet, seine Freiheit so einzusetzen, die Gesellschaft um ihn herum mit positiv zu gestalten. Das ist schon so ein Kern von Humanismus, wie wir ihn verstehen. Und wie liberal sind wir? Wir sind halt so liberal, dass wir sagen, überall da, wo eine Entscheidung einer Einzelperson nur oder primär diese Einzelperson betrifft, da sollte diese Person auch eben so frei sein, dass sie sich selbst entscheiden kann. Und dann im zweiten Schritt sagt man halt, wenn es negative Konsequenzen gibt oder geben könnte, dann ist Aufklärung und Information immer erstmal der erste Schritt. Ein einfaches Beispiel wäre unsere Drogenpolitik. Wir sagen halt ganz grundsätzlich, dass der liberale Mensch selber entscheiden können sollte, was er mit seinem Körper macht oder sie, halt der Mensch. So, denn grundsätzlich, wenn ich mich zu Hause bekiffe, was, um diese Position zu stärken, ich persönlich nicht tue, also ich setze mich für Freiheit anderer Menschen ein, das zu tun, ein Eigeninteresse an der Position. Also, wenn ein Mensch für sich entscheidet, dass er jegliche Art von Drogen nehmen will, und das geht ja sogar bei Alkohol, und wenn man es weit auslegen will, auch bei Stoffen wie Tabak sowieso, ich meinte jetzt eigentlich eher sogar, wo weiß ich, Koffein. Selbst Koffein macht ja auch in gewisser Weise abhängig und verändert den Körper ja. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich Koffein mit Cannabis oder harten Drogen gleichsetzen möchte. Nicht, dass ich hier falsch verstanden werde. Aber der Punkt ist, dass jeder Mensch für sich frei entscheiden können sollte, welche Stoffe er zu sich nimmt, solange er dann natürlich, was die meisten Drogen betrifft, nicht zum Beispiel am Straßenverkehr teilnimmt. Wenn jemand bekifft Auto fährt und dann jemanden überfährt, dann ist das natürlich ein Problem. Aber das liegt dann nicht an dem Drogenkonsum, sondern es liegt am Drogenkonsum in Kombination mit dem Autofahren. Also das muss man dann unterschiedlich regulieren und getrennt betrachten. Da muss man dann halt eben mit Infokampagnen rangehen. Da kann man zum Beispiel in diesem Beispiel sehr banal Ressourcen, die wir gerade auf Strafverfolgung einsetzen, in Infokampagnen und sogar Ausstiegshilfen investieren. Und die Leute so befähigen, dass sie erstens gut informiert sind, wenn sie was nehmen wollen. Und zweitens, wenn sie es nicht mehr nehmen wollen oder sie oder ihr Umfeld das Gefühl haben, diese Person braucht Hilfe, dass genug Hilfe vorhanden ist, um diesen Leuten auch zu helfen, aus dem Drogenkonsum wieder auszusteigen oder ihn zu reduzieren. Dann darf ich zur Frage Nummer drei kommen, um nochmal in die Richtung rational zu gehen. Sie sagen, um es nochmal zu erklären, Sie sagen ja als Partei auch, dass Politik faktenbasiert gemacht werden soll. Gibt es nicht auch manchmal Themen, bei denen man emotional entscheiden muss, statt rational, wo man manchmal auch ein bisschen mit den Gefühlen gucken muss? Wenn zum Beispiel tausende von Flüchtlingen im Mittelmeer trinken, wie kann man da noch rational handeln oder rational entscheiden? Ach so, na ja. Ja, um bei dem Beispiel direkt zu bleiben, da wüsste ich jetzt selber nicht so. Also was man da vielleicht anführen kann, ist die Diskussion um den sogenannten Pull-Faktor. Also dass man sagt, wenn man Menschen hilft im Mittelmeer, dass eventuell mehr Menschen aus dem Mittelmeer gehen und dann langfristig, weil man es nie schafft, alle zu retten, so sicher ist kein Sicherheitsnetz, dass dadurch, dass, wenn es diesen Pull-Faktor gibt, mehr Leute aus dem Meer gehen, langfristig sogar mehr ertrinken würden, als in dem Fall, wenn wir von vornherein die paar Schiffsbrüchen, die es gibt, nicht gerettet hätten. So was ist vielleicht das Beispiel, oder? Was jetzt nicht heißen soll, dass ich diese Position einnehme. So, natürlich haben wir ein Wertefundament. Das habe ich vorhin ja auch, habe ich das vorhin? Nee, Entschuldigung, das wollte ich vorhin sagen, nämlich die UN-Menschenrechte. Also dass man natürlich sagt, es gibt bestimmte Dinge, auf die einigen wir uns. Also es gibt bestimmte Grundrechte, die müssen eisern verteidigt werden. Und weil die einfach auch das Sicherheitsnetz und auch ein gesellschaftliches Netz bilden, auf dem wir als gesunde Weltbevölkerung, Weltgesellschaft, fußen und formieren. So, und dass man dann natürlich sagt, wenn jemand in Seenot ist, dann wird er gerettet. Das ist, das haben wir schon geregelt. Das ist einfach, das ist, ich weiß gar nicht, ich muss zugeben, ich weiß nicht, wie es genau heißt, Seerecht. Insofern ist diese Debatte um den Pull-Faktor ist nicht irrelevant, weil man sich natürlich im Klaren darüber sein muss. Also man braucht eine wissenschaftliche Basis. Es gibt ein paar wenige Analysen dazu. Und man braucht diese wissenschaftliche Basis, um zu verstehen, was vermutlich der Effekt ist von dem, was wir tun. Ob das jetzt in die eine oder andere Richtung ist, um dann vorbereitet zu sein, um damit umzugehen. Dass man niemanden im Mittelmeer ertrinken lässt, ist für mich eine vollkommen klare Kiste, weil wir niemanden ertrinken lassen, der Hilfe braucht. Generell ist es immer ein ganz guter Grundsatz, dass wir sagen, Menschen, die Hilfe brauchen, denen helfen wir grundsätzlich erstmal. Wir sollten natürlich gleichzeitig versuchen, den Aspekt der Notwendigkeit dieser Hilfe zu reduzieren. Also dass wir zum Beispiel sagen, natürlich retten wir Menschen im Mittelmeer, Aber wir gucken eben auch, dass wir gleichzeitig erstens die Fluchtursachen bekämpfen, wo immer das geht. Ich selber komme aus der Klimaforschung. Das ist langfristig gesehen sicherlich auch ein großer Aspekt in der Richtung. Also Fluchtursachen bekämpfen und dann vielleicht Systeme finden, die besser funktionieren. Also um wieder bei dem Beispiel zu bleiben, wir würden gerne eine europäische Armee aufbauen und mit UN-Mandat in Fluchtsituationen eher Auffangcamps, die weniger riskant sind, in den Spinnenflucht unterstützen, aufbauen, die dann abgesichert sind, wo man dann vor Ort relativ gut die Anträge bearbeiten kann, um dann jeden, der tatsächlich Asyl bekommt, auf einem sicheren Weg, nämlich einfach per Flugzeug zum Beispiel, nach Europa zu holen. Als super kurz umrissenes Ding, das steht in unserer Vision für Europa sehr umfangreich drin für jeden, den es interessiert. Aber der Punkt ist einfach nur, da gibt es Ansätze und das schließt sich nicht gegenseitig aus. Ob es jetzt pauschal ein Thema gibt, wo man wirklich nur emotional rangehen sollte, kann ich so nicht sagen. Ich denke aber schon, dass es zu ziemlich allen Themen immer irgendeine Art belastbare Faktenlage gibt oder man sie finden kann. Schwierig wird es natürlich, wenn wir sagen, es gibt diese Faktenlage, hypothetisch, wenn wir sie mal sammeln, aber wir haben sie noch nicht erhoben. Aber das ertrinken halt jetzt Leute oder es ist irgendein anderes Problem. Aber da gilt, gerade in Europa gilt ja das Vorsorgeprinzip, dass wir bei Sachen, wo wir uns nicht so sicher sind, wo wir ein Risikopotenzial sehen, dass wir lieber vorsichtiger sind und eben auf der sicheren Seite bleiben. Also da geht es um Zulassung von Stoffen zum Beispiel, die irgendwie verwendet werden können. Und dass man dann eben sich entscheidet, auf welcher Seite bleibe ich für die sichere Entscheidung. Dann komme ich einfach mit der nächsten Frage. Frage Nummer vier schon. Ein zentrales Thema und Programm Ihrer Partei ist die Abschaffung der Feiertage in Deutschland. Wieso wollen Sie Feiertage abschaffen, die uns ja in gewisser Weise zusätzlich Feiertage bescheren? Genau, genau. Also die Sache ist nicht, dass wir Feiertage abschaffen wollen. Was wir jetzt sehen, also Säkularisierung hatte ich, glaube ich, hoffe ich, schon erwähnt, ist ja ein zentraler Aspekt unserer Partei. Weil, also Säkularisierung bedeutet die Trennung von Staat und Religion. Weil ein wirklich neutraler Staat, also ein Staat, der, oder andersrum, ein Staat, der alle Religionen gleich behandelt, also die Religionsfreiheit wirklich wahrt und auch die Freiheit von Religion, muss halt einfach neutral gegenüber jeder Religion sein. Da gibt es ganz viele kleine Unterdebatten zu. Und die Feiertage, die wir in Deutschland sehen, gehören halt auch dazu. Und da sehen wir halt einfach, dass in den Feiertagen, die wir gerade haben, mal davon abgesehen, dass die in den einzelnen Bundesländern teilweise unterschiedlich geregelt, also erst mal welche Tage frei sind und wie die umgesetzt werden sind, also dass es da generell eine Ungleichheit in Deutschland gibt, dass die halt auch sehr stark religiös dominiert sind. Und das ist an sich jetzt kein Problem, wenn man Christ ist. Aber wenn ich jetzt jüdischen Glaubens wäre oder muslimischen Glaubens oder tatsächlich, wenn ich auch einfach keinen Glauben habe, dann gibt es für mich entweder an bestimmten Tagen keinen Grund, diesen Tag zu feiern. Dann schränkt mich das ein. Also das Tanzverbot an bestimmten christlichen Feiertagen ist zum Beispiel nicht so optimal. Und gleichzeitig, wenn ich halt für mich persönlich bestimmte Feiertage habe, die ich auch begehen möchte, dann muss ich in diesen Fällen immer Urlaub nehmen. Und das schafft dann aber auch, und auch der Gemeinschaftsgedanke, der in diesen Feiertagen inne wohnt, ist dann nicht so richtig vorhanden. Und deswegen ist unser Vorschlag, dass man erstens guckt, welche der Feiertage, die wir im Moment in Deutschland haben, sind eher kulturell gewachsen, also gar nicht mehr so verwachsen mit einer Religion. Das wäre halt tatsächlich zum Beispiel einer der, also Weihnachten als Ganzes ist eine kulturelle Institution, die über das Christentum hinausgeht und ist ja davon abgesehen auch gar nicht nur christlich, sondern hatte ja auch heidnische Hintergründe oder auch neuer. Und dass man die halt in irgendeiner Form erhält, aber tatsächlich einfach allgemeiner kommuniziert, nicht nur im christlichen Gedanken, sondern eben einfach als Familienfest. Und dass man halt gleichzeitig sagt, man sollte deutschlandweit ein gewisses Kontingent haben an Feiertagen, die man festnehmen kann, die man zum Beispiel am Anfang des Jahres oder in irgendeiner Form an der Schule oder beim Arbeitgeber anmeldet und sagt, ich bin halt zum Beispiel Muslim, ich möchte gerne das Zuckerfest frei haben. Oder Quanser interessiert mich total. Oder was wir als Beispiel mal genommen haben, ich bin Fußballfan und die VM ist mein höchster Feiertag. Dann von mir aus auch das, ich schreibe niemandem vor, das ist ja genau der Punkt, was die höchsten Feiertage für eine bestimmte Person sind. Und in den meisten Gruppen findet man dann ja auch genug andere Leute, die das als Gemeinschaftsevent mit einem zusammen feiern. So. Und durch diese andere Regelung mit weniger fixen Feiertagen, es müssten acht sein, wenn ich es richtig im Kopf habe, davon mehr, die gar nicht religiös geprägt sind, sondern eher kulturell auf Deutschland bezogen, also zum Beispiel der Tag der deutschen Geschichte war ein Vorschlag, der Tag der Europatag wäre eine Idee, der Tag der Wissenschaft wäre eine Idee, der Tag des Humanismus natürlich auch. Also bestimmte Tage, die, also klar, der Tag des Humanismus klingt jetzt auf uns bezogen, aber es geht eher darum, dass es Tage sind, die für die gesamte deutsche Gesellschaft von Relevanz sind. Und Aufklärung und Fortschritt sind was, was uns alle eint. Oder sollten uns alle eint. Deswegen solche Vorschläge. Und dazu das flexible Kontingent. Komme ich direkt zur Frage Nummer 5. Der Klimawandel, Natur- und Umweltschutz sind aktuell sehr heiße Themen in der Politik. Was wird die Partei Humanisten für den Umweltschutz und gegen den Klimawandel tun? Also grundsätzlich gehören wir zu den Parteien, die den Klimawandel ganz klar als eines der größten, wenn nicht sogar das größte aktuelle Problem, zumindest auch mittel- bis langfristig einstufen, das wir haben, weil es einfach viele Folgen gibt, die wir schon absehen können, wenn es auch Unsicherheiten bei den genauen Größenordnungen gibt und eben auch viele Folgen, von denen wir den Schaden eben nicht abschätzen können. Das ist ja eines der großen Probleme bei dem Klimawandel. Auch der Bereich Klima- und Umweltschutz ist bei uns eine der aktivsten, also die Mitglieder, die in dem Bereich arbeiten, sind besonders aktiv. Dazu haben wir auch schon sehr umfangreiche Konzepte erarbeitet und wir haben eine ganze Reihe an Ansätzen. Also da geht es, naja, wo fängt man da immer an? Das ist halt sehr viel. Also das Problem beim Klimawandel ist, dass es ein globales Problem ist und dass man natürlich auch global eingeht muss. Der Impact von Deutschland als Einzelland ist nicht so groß, dass wir jetzt hier das Klima retten. Er ist aber so groß, dass er dafür sorgt, dass wir viel machen müssen, allein schon in unserer Vorbildfunktion. Also Deutschland hat, wenn man das so anteilig beschreibt, einen doppelt so hohen Fußabdruck, wie es eigentlich haben dürfte. Also es ist allein der Fairness wegen gehören die Industriestaaten, zu denen, die heute sehr viel tiefer greifen müssen. Und da gibt es jetzt natürlich verschiedene Ansätze. Der erste Teil ist, dass wir ganz klar auf der Seite der CO2-Bepreisung stehen und das aktuelle Klimapaket ist da leider eher schwach. Der sinnvollste Mechanismus, den wir gerade schaffen können, um den Menschen tatsächlich die Freiheit zu lassen, zu tun und zu lassen, was sie wollen, aber ihnen klarzumachen, wenn ihr das tut, dann wird es eingepreist. Und wenn ihr das, keine Ahnung, wenn ihr eine Möhre statt ein Burger isst, um es zu überspitzen, dann kommt der halt sehr viel günstiger weg. Und das Geld, das ihr spart, kriegt ihr teilweise sogar wieder über die sogenannte CO2-Dividende. Also wir gehören auch klar zu den Leuten, die an einem Konzept in die Richtung arbeiten und sagen, das Geld, das man über eine CO2-Kare mehr zahlen muss, das wird wieder ausgeschüttet. Wir sind eine Partei, die sehr technologieoffen agiert. Also wir setzen uns sehr für Forschung ein in den Bereichen, ob das jetzt Power-to-Gas oder Power-to-Axis ist, also dass man neue Speichermethoden nimmt, neue Antriebsstoffe findet. Wir sprechen uns sehr viel mehr Offenheit aus, wenn es um die alternativen Antriebsmethoden geht, also ob es jetzt wirklich Elektro sein muss oder zum Beispiel Wasserstoffzelle, was je nach Definition natürlich auch unter Elektro fällt. Da sind wir nicht so eingeschränkt und sagen eher, dass man beides fördern muss. Wir sind große Fans der Bahn und sagen natürlich, da ist zum Beispiel ganz gut in dem aktuellen Klimapaket, dass die Förderung da schon mal weitergeht und gerade auch im Kontrast zu Flügen. Also solche Infrastrukturen wieder mehr zu fördern und das, was es gibt, vor allem mehr zu nutzen und zu verhindern, dass es verfällt, ist schon mal eine gute Sache. Was wir natürlich auch offen diskutieren, sind die Energieformen. Wir sind keine Gegner der Erneuerbaren. Wir sehen da im Moment aber noch einige Probleme in der Ausbaugeschwindigkeit. Da kann man hoffentlich mehr machen. Also gerade die CNH-Regel und andere Höhenregeln, die den Ausbau von Windkraft gerade stark eindämmen, sind eher suboptimal. Wir finden aber auch, dass man aus verschiedenen Gründen heraus über die Chancen von auch modernen Kernkraftwerken noch mal reden muss. Sowohl wegen des Mülls, den wir schon rumliegen haben, als auch wegen der Grundsicherung einer Stromversorgung sollte man da weiter drüber reden. Weil mit ausreichenden Investitionen können wir hoffentlich den bereits vorhandenen Müll effizient benutzen, um den zu verstromen und weniger schädlich zu machen, weniger strahlen und lösen damit zwei Probleme auf einmal. So Debatten um Glyphosat und andere Pestizide, solche Sachen, da sind wir nicht ganz so verschlossen wie unsere Kollegen, sage ich mal. Okay. Dann habe ich gleich eine sechste Frage. Im vergangenen Jahr bewegte vor allem die Europapolitik ein großes Thema. Die Urheberrechtsreform des Europaparlaments rund um Artikel 13, der jetzt Artikel 17 heißt, brachte hunderttausende Demonstranten, fast 200.000 waren es am 23.03. Deutschland weit auf die Straßen. Trotz dem großen Protest wurde der sehr umstritten Artikel 13, die Urheberrechtsreform, mit großer Mehrheit im Europaparlament beschlossen. Wie ist Ihre Meinung dazu und wie stehen Sie und Ihre Partei zu der EU-Richtlinie? Also in aller Kürze, wir finden das mau. Also wir waren auch in vielen Städten bei der Demonstration dabei. Ich habe selber zum Beispiel in Dresden eine Rede gehalten gegen diesen Artikel, weil er an vielen Stellen, die uns auch viele Experten bestätigen, einfach falsch angeht, zu kurz gedacht ist und die Versprechungen, die damit einhergehen, ganz klassisch ja, wir müssen Urheberrecht schützen, was an sich ein guter Ansatz ist. Wir müssen das automatisiert machen, weil in der Größenordnung, wie YouTube das zum Beispiel braucht, geht das nicht anders. Aber wir benutzen keine Uploadfilter, was ja so eine CDU-Versprechung war. Das ist einfach eine Kombination, die funktioniert nicht. Wir sind an sich große Fans vom Urheberrecht. Also da kann man auch reformieren, aber die grundsätzliche Idee ist jetzt nicht so, dass man sagt, das Urheberrecht muss komplett weg. Und wir finden auch, dass Leistung eben vergütet werden sollte. Also das ist tatsächlich nochmal eine Diskussion von einer ganz anderen Seite. Kriegt man aktuell ja auch bei Spotify zum Beispiel wieder viel mit, dass Künstler da eher schlecht dastehen und solche Geschichten. Aber es kann halt nicht so umgesetzt werden, wie das diese EU-Richtlinie vorsieht. Wir haben da auch in der Zeit immer wieder Sachen veröffentlicht und in jüngster Zeit konnten wir dem Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz unsere Meinungen in Textform zuschicken. Wir haben Input gesammelt, wie wir uns das vorstellen und also wie wir grundsätzlich, genau wie die Frage jetzt war, zu dem Ding stehen und eben zur nationalen Umsetzung, wie wir uns das vorstellen. Und was uns wichtig ist, ist das Schutz, das Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit geschützt werden, das Overblocking, was sehr stark befürchtet wird, wenn nicht passiert, also optimal wäre, wenn es nicht passiert. Das ist kein realistischer Gedanke, aber dass es Mechanismen gibt, um das aufzuheben und auszugleichen. Das Werbeeinnahmen von YouTube, also das ist ja ein krantes Beispiel, dass die geschützt sind, weil es halt nicht sein kann, dass durch solches Overblocking gerade die ersten, die wichtigen ein, zwei Tage am Anfang einfach mal wegbrechen. Das ist tatsächlich einfach, das ist halt finanzieller Schaden für Betreiber. Und zum Beispiel Schutz von Foren war auch sehr wichtig für uns. Insofern hoffen wir jetzt mit allen anderen und gerade der YouTube-Community auch, dass das halbwegs sinnvoll umgesetzt wird. Alles klar. Oder zurückgerollt, das wäre natürlich auch nur eine Option, aber das, da darf man für nur hoffen. Ja. Viele junge Menschen wollen bei den Wahlen mitentscheiden und selbst ihre politischen Vertreter in die Parlamente wählen. Doch leider sind die Wahlen zum Landtag, zum Bundestag und zum Europaparlament immer noch ab 18. Was sagen Sie zu der Senkung des Wahlalters? Was ist Ihre Meinung dazu? Da haben wir schon sehr lange für argumentiert. Also Wahlalter auf 16 ist für uns eine relativ klare Kiste. Unser Hauptargument für erstmal die 16er-Geschichte ist tatsächlich auch als politischer Kompromiss, muss man sagen. Also es ist einfacher zu verkaufen, dass man das erstmal auf 16 absenken will und sozusagen dann auch Erfahrungen sammeln, wie das eventuell das Ergebnis verändert beziehungsweise wie das allgemein funktioniert, bevor man dann in extremer Forderungen reingeht. Unser Hauptargument gegen die aktuelle Regelung ist, dass die meisten Wahlen erst ab 18 sind, ist, dass es einfach kein haltbares Argument dafür gibt, warum das so ist. Auch dazu haben wir einen schönen, längeren Text veröffentlicht. Es gibt halt eigentlich keinen sinnvollen Grund. Manche Leute würden vielleicht damit argumentieren, dass man sich nicht ausreichend informiert ist. Wenn man noch 16 ist und sich mit dem politischen System nicht auskennt, da könnte man jetzt natürlich gegenhalten, dass zumindest gefühlt, na eigentlich nicht nur gefühlt, viele Menschen, die mit 18 wählen gehen, da jetzt nicht viel besser dran sind. Und umgekehrt ist da wieder unser Aspekt mit der Aufklärung drin. Wenn man sich darum Sorgen macht, dann kann man ja einfach den Leuten noch mehr Bildung zukommen lassen. Schaut man sich gerade die Landtagswahlen im Osten in diesem Jahr an, sieht man vor allem eine Farbe auf der politischen Landkarte deuchten. Die AfD hat bei den Landtagswahlen große Mengen an Wählerstimmen für sich gewonnen. Gerade durch den rechtsextremen Flügel der Partei unter Bernd Höcke erlangt die AfD großen Zuspruch, auch bei den Neuwählern. Wie ist Ihre Position zu dieser rechtsextremen Partei? Wir finden die sehr suboptimal. Also, wir haben eine sogenannte Unvereinbarkeitsliste. Das ist eine Liste, die sagt, mit welchen Organisationen wir nicht zusammenarbeiten und vor allem auch, mit denen wir, da wir Doppelmitgliedschaften erlauben, welche Mitgliedschaften in bestimmten Organisationen verhindern, dass man bei uns Mitglied werden kann. Was natürlich nur logisch ist, wenn wir mit denen auch nicht zusammenarbeiten würden. Die AfD steht da uneingeschränkt drauf. Nicht zuletzt auch wegen des rechten Flügels, also wegen des Flügels. Weil, um die Debatte da auch ein bisschen zu erden, zwar nicht jeder, der in der AfD aktiv ist, ein Rassist ist. Anders als vermutlich jeder, der im Flügel aktiv ist. Aber jeder, der in der AfD aktiv ist, toleriert die Existenz vom Flügel. Und das alleine reicht eigentlich schon, um zu sagen, das ist für uns niemals Land. Also man kann sich die Themen anhören, die die AfD einbringt und man darf Themen, die die AfD für sich einnimmt, nicht pauschal vom Tisch wischen, weil das Problem ist, dass die dann Deutungshoheit bekommen haben. Aber man sollte sich sehr gut überlegen und für uns ist es eigentlich relativ klar, ob man sich mit diesen Leuten direkt an den Tisch setzen will. Also Themen angucken, für sich einschätzen, muss ich jetzt über dieses Stöckchen springen, das wir hier hinhalten, oder ist das tatsächlich ein relevanter Beitrag, ist das relevanter Input? Und dann über das Thema und vielleicht mit den Wählern reden, die Partei selber ist für mich verbrannte Erde. Es wäre halt auch schwierig, wenn wir sagen, alles was die AfD macht, ist für uns pauschal nicht haltbar. Da gab es letztens auch gerade wieder eine EU-Abstimmung und die AfD hat halt in unserer Richtung abgestimmt, die Grünen naheliegenderweise, weil es die Grünen sind, eben nicht. Grundsätzlich würde ich trotzdem vermuten, dass wir den Grünen sehr viel näher sind als der AfD. Aber ich freue mich natürlich trotzdem, wenn in einem Bereich, in einem Thema, das uns wichtig ist und dass wir vielleicht aus anderen Gründen als die AfD mit einem ähnlichen Abstimmungsergebnis, wo wir ähnlich abgestimmt hätten, naja, dann freue ich mich trotzdem über jede Stimme, die das unterstützt, auch wenn das in der PR dann immer sehr schlecht aussieht. Wenn es die Humanisten nicht gäbe, als Partei, welche Partei würden sie wählen und bei der nächsten Wahl, welcher würden sie ihre Stimme geben, wenn es die Humanisten nicht als Partei gäbe? Wir sind da sehr gemischt. Also, die Humanisten setzen sich zusammen aus Leuten, die aus verschiedenen Gründen die Grünen, die FDP, die SPD und teilweise die Linken nicht mögen, die sich aber jeweils denen am ehesten zugeneigt fühlen. So, das ist eben einmal der gesellschaftsliberale Teil, den teilen wir uns stark mit der FDP. Ich als zum Beispiel, ich als ein starker Vertreter unseres Klimaschutzflüges sozusagen, bin natürlich, wie viele von uns, den Grünen grundsätzlich sehr zugeneigt. und SPDler als so die, ja, die sozialliberale Mitte ist natürlich auch was, was vielen bei uns zuspricht, viele anspricht von uns. So, deswegen kann man das nicht so ganz pauschal sagen. Es gibt aber eben für alle von uns verschiedene Sachen, die uns an den einzelnen Parteien stört. Für mich ist das, also bei den Grünen sieht man es jetzt gerade aktuell, die Globo-League-Debatte oder eben auch, wie gesagt, genau das Wissenschaftliche, was beim Klimawandel sehr gut fundiert ist, aber dann bei allen Bereichen darüber hinaus eben schon fast, ja, teilweise irrationale Panik ausartet. Also, wie gesagt, die Gentechnik-Debatte, dass sie sich nicht trauen, Wissenschaft ordentlich umzusetzen, sagt Globo-League, der Energiesektor, all diese Sachen sind zu festgefahren. Deswegen wäre ich jetzt kein guter Grüner, wüsste. Und umgekehrt bei der FDP sieht man eine sehr liberale Diskussionskultur, aber die die Sache mit der Klientelwirtschaft, die da zum Beispiel mit drin ist oder der Klientelpolitik eher, die hängt zum Beispiel auch sehr stark nach. Und umgekehrt da fehlt dann halt der richtige Einsatz für den Klimaschutz eben auch. Und so dogmatisches Auftreten, also so man möchte fast sagen so radikalfreiheitlich, also eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn ist so das absolute No-Go, so ohne jede Diskussion sozusagen, weil das schränkt ja die Freiheit ein. Das ist auch schon wieder zu stark. Und das stört mich dann wieder an der FDP. Was nicht heißt, dass ich jetzt eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn will, ich will nur offen darüber reden können, ohne dass man mir sagt, nee, also auf gar keinen Fall. Also ich führe jetzt hier hauptsächlich grüne FDP aus. Ja, es ist so eine Mischung, genau, wir verstehen uns halt so als eine Mischung aus beiden. Und deswegen ist es fast schon tagesstimmungsabhängig, wo einzelne Mitglieder von uns sich eher verorten würden, wenn sie nicht bei uns aktiv wären. Ah, okay. Ist nicht ganz ehrlich zu beantworten, aber zum Glück gibt es uns ja auch. Dann hätte ich hier noch ein paar Community-Fragen, wenn das in Ordnung ist, dann würde ich die noch stellen. Ja, da fragt der Godo, wie das mit den Verbänden auf kommunaler Ebene aussieht. Gibt es da etwas auf kommunaler Ebene? Also kommunal ist sehr klein gerade. Wir haben 12 von 16 Landesverbänden, also in jedem Bundesland findet man uns. In Thüringen, im Saarland, in Mecklenburg-Vorpommern und in Brandenburg arbeiten wir an Gründungen von Landesverbänden, aber das ist aus verschiedenen Gründen schwierig. Da sind noch nicht genug Leute zusammengekommen, die gesagt haben, so, wir sind die Landesverbandsgruppe. Und eher auf kommunaler Ebene haben wir gerade unseren ersten Kreisverband gegründet in Karlsruhe. Das ist organisatorisch natürlich jetzt noch eine Ebene mehr und ein bisschen mehr Aufwand, aber wir wollten das mal ausprobieren und mal gucken, wie stark man Mitglieder dann eben auf der Ebene einbinden kann. Und gleichzeitig haben die da zufällig einen sehr starken Knoten. Also, wir wachsen und wir haben, wie gesagt, vor allem Landesverbände und einen Kreisverband. Und gucken auch, was wir in Kommunalpolitik so machen können, aber man hat ja leider nur so viele Stunden in der Woche. Der Blues Brother fragt, was wollen Sie mit Ihrer Partei im kommenden Jahr erreichen? Gibt es schon Ziele für 2020? Also, 2020 ist eventuell eventuell wieder eine Bundestagswahl, da würden wir gerne antreten. Also, soll ja erst 21, aber man weiß ja nicht. Nächstes Jahr ist auch Wahl in Hamburg. Das ist schon im, lass uns jetzt nicht lügen, Februar. Ich glaube, es ist Februar oder März, aber jetzt gerade habe ich es nicht von mir. Also, auch da wollen wir antreten und was wir generell gerade intern machen, ist uns sozusagen neu und professioneller aufstellen. Also, wir sind sehr flüssig gewachsen, also sehr gesund gewachsen eigentlich seit unserer Gründung vor knapp fünf Jahren. Wir haben jetzt nicht das Problem, dass uns irgendwas komplett auseinanderfällt oder so, wie man das bei anderen Parteien gesehen hat, die sich frisch gegründet haben, dass uns irgendwas komplett um die Ohren fliegt oder sonst was. Also, das interne Streit umzusetzen. Aber wir sehen natürlich mit jedem Jahr mit immer mehr Erfahrung, dass wir Sachen strukturell optimieren können, dass wir uns einfach besser organisieren können. Dass wir einfach ein breiteres Fundament sowohl strukturell als auch inhaltlich schaffen, um dann vielleicht nächstes Jahr schon wahrscheinlich eher mittelfristig in verschiedene Ämter einzuziehen und die Politik nicht nur aus der außerparlamentarischen Opposition heraus, sondern vielleicht aus der parlamentarischen Opposition oder man darf ja träumen, aus Regierungsverantwortung heraus mitgestalten dürfen. Auch die Grünen waren mal sehr klein. Aber das sehe ich jetzt nicht für 2020. Dann zum Schluss noch ein Lob, keine Frage, ein Lob vom Domic, der lobt sie in höchsten Tönen. Ich finde es toll, wie ihr Humanisten auf Faktenbasis Politik machen wollt, was an sich ziemlich cool ist, aber auch die Kritik von ihm dann, aber der Name passt dazu leider nicht oder passt dazu leider weniger. Ja, der Name ist tatsächlich was, der uns schon lange umtreibt. Es ist immer schwierig, jetzt mal zwischendurch einen Namen zu ändern. Da gibt es Fürsprecher, es gibt da Leute, die sagen, bloß nicht, das ist jetzt eine Makel, also wenn wir jetzt den Namen ändern, fangen wir quasi von Null an. Selbst dafür gibt es natürlich Fürsprecher. Aber dass man sagt, wir arbeiten faktbasiert, dass das komplett im Namen wieder spricht, da würde ich jetzt gar nicht mal unbedingt zustimmen. Aber davon abgießen, vielen Dank für das Lob. Das nehmen wir natürlich sehr gerne an. Wie gesagt, um das Ganze rund zu machen, was Humanismus bedeutet und dieses Feedback, das ist eben der aufgeklärte Gedanke und der kritisch-rationale und dass man eben sein Weltbild und seine Ansätze hinterfragt. Und da kommt dieses Faktenbasierte, meiner Meinung nach, und auch einige andere unserer Mitglieder schon mit dem Humanismus zusammen. Dass das natürlich auch ganz anders interpretiert werden kann, geschenkt. Da würde ich jetzt gar nicht gegenargumentieren. Okay, ja. Dann darf ich Ihnen trotzdem noch einen schönen vierten Advent wünschen, auch wenn Sie ihn wahrscheinlich nicht so feiern. Und ja, eine wunderschöne Weihnachtszeit dann und ich bedanke mich für das Interview. Sehr gerne, vielen Dank für die Zeit und tatsächlich mag ich Kerzen und Tee auch, so ist es ja nicht. Gut, dann schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Und eine entspannte natürlich Weihnachtszeit den allen Zwergenfürsten Followern. Genau. Genau. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch.